Stellen wir das an! Das Wichtigste ist, dass er niemals eure Unsicherheit spüren darf. Wenn er spürt, dass ihr unsicher seid, wird er niemals eure Befehle befolgen. Und er wird einfach dahin fliegen, wohin er will. Also hört zu! Man kann sich davor fürchten, wenn man nie geflogen ist. Doch man zähmt den Teppich nur, wenn man die Angst davor vergisst. Sitz! Wow! Nein, die Zähmung eines Teppichs ist keine Frage der Physik. Bleib den Teppich an den Enden, steig auf, heb ab und flieg. Und wenn es euch gelingt, war der Versuch nichts ergebens. Traut ihr euch zu fliegen, wird es der Flug eures Lebens. Bereit? Ja, lass uns losfliegen! Wir beide haben jetzt das Sagen. Und wenn es euch gelingt, wird es der Flug eures Lebens. Wir steuern und er fliegt. Und wenn es euch gelingt, wird es der Flug unseres Lebens. Wir treten uns zu fliegen, wird es der Flug unseres Lebens. Wir treten uns zu fliegen, ist es der Flug unseres Lebens. Und wenn es euch gelingt, wird es der Flug unseres Lebens. Wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020